Hallo zusammen, alle die unseren Kanal schon länger oder öfter verfolgen, werden wissen, dass wir immer und zu jeder Zeit für Gewaltfreiheit, für Frieden und für Ruhe gewesen sind und immer sein werden. Und so unterstützen wir alle und jeden, die auch für Frieden und Freiheit sind und alle, die das anmahnen und sie sich dafür einsetzen. Und da müssen wir dann auch mal unseren Politikern einmal Recht geben. Allerdings sind wir der Meinung, dass viele Konflikte oder beinahe alle internationalen Konflikte politisch motiviert sind und dass man so den Politikern vielleicht auch eine gewisse, ja nicht mit Schuld, aber zumindest Verantwortung übertragen muss. Nehmen wir nur mal die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ja alles recht demokratisch, liberal und ja so herzensgut zurechtging. Die Politiker hatten über ein halbes Jahrhundert Zeit endlich für Frieden und für Wohlstand und für Gewaltfreiheit zu sorgen. Irgendwie hat es nicht geklappt. Wir wollen auch nun nicht lang und breit erklären, woran das aus unserer Sicht gelegen hat, sondern euch mit einer kleinen Fabel unterhalten. Ich habe mir ein Grundstück gekauft, das sah schlimm aus, überall lag Schott und Asche herum und nach langer Zeit habe ich es geschafft, einen wunderschönen Rasen anzulegen, bis ich dann die Idee hatte, mir ein Wildschwein als Haustier zu halten und plötzlich sah mein Rasen gar nicht mehr schön aus. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, sodass ich beschloss, dieses Wildschwein abzuschaffen und einem Zoo zu übergeben, wo es in einem Gehege friedlich leben kann. Und bald darauf sah mein Rasen wieder richtig schön aus, aber ich war einsam, sodass ich noch einmal beschloss, mir ein Haustier zuzulegen. Meine Wahl fiel auf einen Maulwurf. Tja, ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit sieht mein Rasen wieder gar nicht gut aus. Und ich habe überhaupt keine Idee, woran das liegen könnte. Der Maulwurf, dann ob der es ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es die Wilmaus, die sich als Spielgeselle zu dem Maulwurf dazu gesellt hat. Keine Ahnung, warum mein Rasen nicht in Ordnung ist, aber er ist leider nicht mehr in Ordnung. Tja Leute, in diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Vielleicht habt ihr verstanden, was ich gemeint habe. Ich denke ja, ich wünsche euch was und vor allen Dingen bleibt friedlich, bleibt freundlich immer. Kopf oben behalten, aufklären, weitermachen. Es bröckelt, es bröselt, es wird. Und bald sieht unser Rasen vielleicht wieder richtig gut aus. Ciao. Amempl Precis Mohammed Oh! João! Mäli Oh! Oh! Vielen Dank.